Ja, wenigstens kann man das Spiel und SimCity auch spielen, wenn die Sonne richtig schon reinknallt. Ansonsten würde ich jetzt lieber wieder Extermination Day spielen, aber so geht das natürlich auch. Ich meine, es ist zwar eher schwer, aber hier ist es zum Glück nicht so wichtig, dass man gut was sieht, wie jetzt bei Doom zum Beispiel. Bei Doom, da würde ich jetzt zum Beispiel wieder Kammerwert hochdrehen müssen. Weil so hoch du Kacke, oh ne, ist so ein Level. Nein. Oh, Alter. Wie komme ich da hoch? Kommt es überhaupt hoch? Nein. Wohl eher weniger. Man kann nicht auf manchen von diesen Wolken, kann man nämlich stehen, doch manche nicht. Und später im Level, oder in den späteren Levels, muss man nämlich genau das nämlich erfahren. Welch auf welchem man stehen kann, so welch man nicht steht. Oh komm. Oh, komm, ich hole ihn mir noch hier. Hoffen wir, dass ein roter Wind dabei ist. Jawoll. Komm. Eigentlich wollte ich noch da oben's Ding mir holen, das ist halt eine Scheiße. Na ja, was weiß. Das wäre wieder ein relativ kurzes Level. Ich meine, die Level sind sowieso kurz, aber das wäre jetzt auch für das kurze Verhältnis ein kurzes Level. Na ja, das war's dann. So haben wir schon.